Baku hat noch ein geiles Video rausgehauen. Wenn es losgeht mit Firegarden, dann ist das schon mal ein geiles Video, Alter. So muss es sein. Ja, so muss es sein. Let's go. Oh, Leute! Max am Start. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part der YouTuber-Fails. Die letzte Folge kam ja so übelst gut an. Ich meine, schaut euch mal die krasse Bewertung an und danke erstmal dafür. Danke, Alter. Danke, Alter. Wie viel hat das? Alter, 590 Likes zu einem Dislike. Maschallah, Bruder. Maschallah, richtig stark. Wir kommen den zweiten Part zu erstellen. Und was soll ich euch sagen? Minion, danke für die 5 Wits. Es wird wilder, als der wilde Westen es jemals war. Wie auch im ersten Part. Hey, hoffentlich macht er das genauso wie im ersten Part. Ich fand den ersten Part von Baku richtig stark. Mein persönlicher Favorit auf seinem Kanal. Wie er auch alles gestaltet hat. Von den Memes her, von der Unterhaltung her. Muss ich sagen, war das Video, war das letzte Video von Baku. Na, eins bloß mit Sternchen. Und, äh, ja. Mein persönlicher Favorit bei ihm. Let's go. Jetzt ist er da? Na dann, let's go. Der ist aber nur noch 2 Minuten da. Es tut mir leid, Alter. Also wahrscheinlich. Einem Vorbild für viele junge Menschen. Einem wegweisenden Mann in unserer Zeit für erfolgreiche Denker. Äh, Fire Godin. Oh, Fire Godin. Fire Godin hat direkt zu Beginn des letzten Jahres mit seinem vollkommen überraschenden Comeback nach über 2 Monaten ohne Video die gesamte Welt in Atem gehalten. Oh Mann. Als das Video Ich gebe auf auf seinem Kanal erschien, dachten sich seine Hater, na endlich Mann, es ist vorbei. Die Szenen im Public Viewing in den größten Metropolen der Welt sahen dazu ungefähr so aus. Ja, Freund. Was soll ich sagen? Aber, äh, ja. Ich gebe auf. Ihr habt es richtig gelesen. Baku, ich stand wieder tief, Bruder. Der Kuchen, der Loppelbruder schien aus seinem Grab wieder auferstanden. Ich mag ihn doch, Alter. Baku, ich mag ihn doch. Junge, ich liebe Baku dafür, dass der Memes raushaut. Ohne Scheiße, ich liebe ihn dafür. Genau mein Humor. Damit, dass es jetzt richtig krass weitergeht und der ein heftiges Video nach dem anderen schisseln wird. Selbst KuchenTVs Blick richtete sich wie das Auge von Sauron vollkommen erschrocken in Richtung Feiergurden, um dann allerdings festzustellen, dass die Videos danach immer noch echt was für die Tonne waren. It's a meme. Der Wengi? Junge, was ist bei ihm los, Alter? Der Bock auf editieren, oder wie? Baku, hattest du lange weinen, oder wie? Was ist los? Demnächst gibt es dann so ein eigenes Spiel von Der Wengi, wie er einfach hier die Leute in den Müll trischt. Nice, Alter. Das nenne ich übrigens Kreativitäten. Genau so muss es. Das ist Content, der gefördert werden muss, liebe Freunde, ja. Das sind Leute, die YouTube aus Spaß machen und nicht, weil die denken, Alter, ich muss jetzt hier 10.000 Euro damit verdienen. Unter anderem dadurch seinen Kanal wiederbeleben konnte. Schnell verbreitete sich dadurch das Gerücht, dass Aufnahmen vor der Cam der krasseste Shit ever seien, um noch erfolgreicher zu denken. Spätestens nachdem Firegarden allerdings vor die Cam getreten ist, wusste die Welt, okay, vielleicht sollten doch nicht alle vor die Cam treten. Front. Ja gut, ich will nicht gemeint sein, es gab bestimmt auch Zuschauer, die das gefeiert haben, aber ich glaube mit... Juch, was ist bei ihm los, Alter? Ey, der haut auch die normalen Memes raus und frontet Firegarden, Alter. Der frontet ja Firegarden komplett. Junge, was ist mit ihm los? The one follower who likes everything you post. So einer, der... Einer im Saal, so der... Der es trotzdem noch liked, ne? Aus Mitleid wahrscheinlich. Ey, das ist ganz stark. Aber ich glaube mit Schuld waren einfach... Also Monat. Aber das war so kult. Danach hat er wohl selber die Lust verloren, weil der gewünschte Erfolg einfach ausblieb. Zu guter Letzt kam dann ein Vlog Allmanns in Singapur, was ungefähr so spannend war wie dieser Clip hier. Aber das ist krass. Das fällt einfach so um. Jetzt mal ohne Scheiße, ich finde diesen Clip krass, weil das Toast einfach umfällt. Wann siehst du mal, dass das Toast so lange steht und aus dem Nichts umfällt? Das ist krass. Ich finde, das ist auch ein Video, was deutlich mehr viral gehen müsste, ja? Wenn ein Toast umfällt. Und danach war Schluss. Warte mal ganz kurz. Ist da gerade irgendein Frame gewesen? Warte, warte, warte. Nicht, dass wir gerade eben... Und danach war Schluss. Ich frage mich halt Realtalk noch bis heute, was er für ein Konzept verfolgt hat mit seinem Comeback. In welche Richtung wollte er einschlagen? Wollte er das nur noch aus Spaß machen? Wollte er alles besser machen und dann frühere Erfolge anknüpfen? Kein Plan, wir werden es wohl nie erfahren. Das Einzige, was ihm hier auch gut jetzt noch bleibt, ist neben seinen Videos die Platzierung in der D-Sparte. Da sich auch zum Ende keiner mehr so wirklich um ihn gejuckt hat, außer die zahlreichen Meme-Seiten, die plötzlich ohne Content dastanden. Ich muss aber... Bei dem sieht sogar die Tierlist richtig professionell aus. Ich muss sagen, er hat echt Mühe sich gegeben für das Video. Sieht echt stabil aus. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es trotzdem irgendwo schade finde, dass er einfach weg ist. Es macht irgendwie mehr Bock, wenn es mehr Leute in der Szene gibt. Aber das ist meine Meinung. Das nächste lebende Meme auf YouTube, der einen einzigartigen Platz in dieser epischen Tierlist erhält, ist der ehemals beste FIFA-Spieler Deutschlands. Einfach kapper. FIFA Gaming hat es im letzten Jahr tatsächlich geschafft, seinen Kanal mit 400.000 Abonnenten komplett gegen die Wand zu fahren. Er hat zu seinem Best im letzten Jahr bis zu 12 Videos pro Tag hochgeladen. Und jetzt denken sich sicher viele, wow, der Typ hat ja richtig reingehustelt. Naja, nicht ganz. Dazu sollte man einmal kurz auf seinen Kanal gehen und einen Videotitel aus dieser Zeit, einfach irgendeinen random Videotitel, ist jetzt egal, kopieren und in die YouTube-Suchleiste eingeben. Okay. Das ist halt einfach... Alter, was ist bitte hier los? 620 Aufrufe, was ist los bei ihm? Er hat einfach genau das gleiche Thumbnail. Er hat einfach hier genau das gleiche... Es ist ja exakt das gleiche Thumbnail. Also der hat auf jeden Fall geschafft, das Thumbnail einfach zu übernehmen von einem alten Videotitel. Es ist stabil. Also es ist bestimmt sehr klug, mehrere Videos einfach mehrfach hochzuladen. Als er dann deswegen vollkommen zu Recht Kritik kassiert hat, weil es einfach faktisch absolut dumm ist, hat er natürlich, wie so viele gesagt, dass er sich schlussendlich bessern wird. Hat das dann ein paar Wochen durchgezogen und ist dann anschließend in alte Muster zurückgefallen. Er hat es zudem zwischenzeitlich mit Musik probiert, was wirklich an Cringigkeit nicht mehr zu toppen war und hat eindrucksvoll... Mach doch einfach mal... Hallo, Barcool, jetzt schäm dich. Er hat in 6 Monaten 100 Tracks am Start. ...bewiesen, dass wir auf dieser Plattform einige YouTuber... ...ver aller 2 Tage, sagen wir so. ...komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und das Genre Cringe als letzte Chance nutzen, um irgendwie an Geld zu kommen. Eine kleine Kostprobe gefällig. Europa ist Europa. Nordamerika ist Europa. Südamerika ist Europa. Ja gut, ist normaler Deutschrap heutzutage. Würde ich noch nicht mal das schlecht einstufen, finde ich, äh... Ja, würde mir das gut machen. Ich meine, selbst der erste Blick auf seinen Kanal lässt das Cringebarometer in die Höhe schießen. Bro, was sind das für Thumbnails? Diese sind ähnlich wie seine Videos komplett... Nee, jetzt film du es lieb. Oh, bitte. Ich habe mich in weniger als 2 Minuten erstellt, weil jede Mühe für den eigenen Kanal zu vieles guten wäre. Man macht einfach irgendein random Screenshot aus einem Game, fügt dasselbe erschockt eine Foto von sich selbst im Bild ein. Dazu noch ein Text, den kaum einer lesen kann. Et voilà. Fertig ist eine Thumbnail aus dem Wish-Jahreskatalog. Aus der Tatsache heraus, dass es wirklich im Herzen wehtut, dass solche Leute 400.000 Abonnenten erreichen und diese Reichweite dann mit Anlauf über den Jordan jagen, landet FIFA Gaming in der C-Tier-Sparte. Sorry, aber... Immerhin, Alter. C-Tier ist noch ganz gut, ne? Das ist über Firegarden. Also wir müssen ja trotzdem noch mal beachten, immerhin. Und diese Fronts. Ey, Kenny K, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Kenny K kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Wir sagen immer wieder, Alter, wir müssen uns dringend mal wieder sehen. Gamescom, Alter. Gamescom müsste dieses Jahr mal dringend stattfinden. Langsätzlich. Spaß. Als nächstes haben wir auf der Liste den guten alten ASMR-Youtuber Kenny, der sich unverschämter Art und Weise getraut hat, die noch bessere ASMR-Youtuberin Janina aufs Übelst du und vollkommen zu Unrecht zu kritisieren. Spaß. Lustig, Mensch. ASMR Janina ist hier diejenige, um die es in Wirklichkeit geht. Denn sie hat es geschafft, im letzten Jahr bei einer Sache wirklich komplett reinzuschalten. Das ganze Debake fing damit an, dass Kenny, ein anderer ASMR-Youtuber, Kritik an ihrem Content ausgeübt hat. Ihr habt das Ganze so ganz und gar nicht geschmeckt, wodurch sie fast 30 Insta-Stories dazu rausgehauen hat, wo sie eigentlich kaum auf die Kritik eingegangen ist und mehr oder weniger Kenny... Um September, glaube ich. ...beziehungsweise rumholt, wie gemein und unbär alles in die Kritik ausüben. Das kann doch nicht wahr sein. Hier jetzt jeden einzelnen Punkt zusammenzufassen, der ihr nicht gepasst hat, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Und das Video wäre vermutlich länger als 8 Minuten. Aber vertraut mir, wenn ich euch sage, dass es wirklich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen war. Jasnero, Kuchen und Alpha Kevin haben genau zu dem Thema echt gute Videos produziert. Da könnt ihr, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, gerne mal vorbeischauen. Im Prinzip hat sie aus einer kleinen Mücke einen riesen Elefanten gemacht und damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie noch kritikunfähiger als Da Vinci ist. Und das heißt schon, aufgrund ihres losten Umgangs mit Kritik landet ASMR Janina... Oh, Platz D. ...auf der stillen Treppe. Versteht ihr? Wegen ASMR und still. Ach Gott, ich muss alles löschen. Und die ist nun mal auf Platz C in dieser Tierlist. Ach, stimmt. Nein, das Schlimmste ist ja S. Ach, da ist ja Firegarten mega gut davon gekommen. Ey, der ist ja auch FIFA Gaming ziemlich gut davon gekommen. Genauso auch hier Oli. Warte, merke ich jetzt hier. Ja, nee, das kann nur überaus schlecht sein, ja. Das hatten wir schon das letzte Mal, das Thema. Ja, das hier ist schlecht, extrem schlecht. Das ist abermals schlecht. Das ist bescheuert. Das ist scheiße mit C. Und das ist dumm. Der nächste YouTuber, der in dieser unglaublichen Tierliste hat, ist der gute alte Apo. Er hat sich mit Mimi einen ultraheftigen Schlagabtausch mit Anschuldigungen und Rechtfertigungen geliefert, bei denen sich am Ende durch Mimis heftige Recherche herausgestellt hat, dass Apo ziemlich oft die Unwahrheit gesagt hat. Ich meine, wir können hier nicht beweisen, ob die Vorwürfe gegen Apo... Apo, Apo, Apo. Das heißt erstens Red. Ja, ist ja gut, sorry. Die Wahrheit werden wir wohl kaum herausfinden. Junge, wie geil das gerade geschnitten wurde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es gerade extrem gefühlt, dass er einfach sagt, ja, ist ja gut. Das heißt Red, aber so richtig zu ihm gesprochen, fühle ich, ja. Aber ich glaube, darum geht es doch einfach gar nicht mehr so wirklich. Das Ganze ist zu einer Schlammschlacht ausgeartet, bei dem es einfach nur noch darum geht, wer sein Gesicht bewahren kann und wer nicht. Mimi und Red haben sich gegenseitig beschuldigt über den jeweils anderen... Apo, Apo. Das heißt erstens Red. Mimis konnte wirklich eindrucksvoll beweisen, dass Red die Unwahrheit gesagt hat. Was ihn einfach in den Augen vieler Zuschauer schlecht dastehen lässt. Finde ich persönlich schade. Man sollte möglichst immer zusehen, dass man bei der Wahrheit bleibt, denn irgendwann kommt alles irgendwie ans Licht. Sei es durch einen dummen Zufall oder einen verbissenen Detektiv wie Mimi. Ich persönlich hoffe einfach, dass dieses ewige Hin und Her aufhört, denn mittlerweile ist das Thema echt maximal durchgekaut und zumindest in meinen Augen mega langweilig geworden. Und weil mich auch einige Leute nach meiner Meinung zu diesen Belästigungsvorwürfen gefragt haben, will ich auch dazu mal kurz was sagen. Also mittlerweile kann ich mir persönlich vorstellen, dass es an diesem Tag zu einer Berührung an der Schulter gekommen ist, aber wahrscheinlich ohne die Absichten, die Red unterstellt werden. Ich glaube, dass die Sache hinterher viel zu sehr aufgeblasen wurde, wobei ich das ungewollte Berührung... Sachsen-Siegel, keine Ahnung, Charles Sandstone. ...weil es überhaupt so passiert ist. Das wissen wir halt immer noch nicht. Es ist so oder so kacke. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber noch viel schlimmer finde ich die Widersprüche und... Unwahrheiten. Die, in denen wir Sachen haben, aus dem Mund von Red kackt. Ey, wirklich, die Vortragsweise, Baku, du hast dich krass gesteigert, Alter. Nee, wirklich, ich muss sagen, Alter, das entertaint auf deine Art und Weise. Und genau das ist, by the way, genau die Art, die du brauchst. Also du brauchst jetzt deinen eigenen Stil, du musstest das erstmal entwickeln. Und ich muss sagen, du bist gerade auf einem übel guten Weg. Ja, du bist gerade auf einem richtig guten Weg, so deinen eigenen Stil, deinen eigenen Humor hier einfließen zu lassen. Weil ich glaube, den Humor, den hat wirklich nicht jeder. Aber das ist absolut feierbar mit den Memes und so. Aber es ist wirklich gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich echt sagen. Ich habe mehr kaputt gemacht als ein, ja, okay, ich habe ihr an die Schulter gefasst, sorry. Und wie gesagt, es ist nur meine Meinung zu dem Thema. Also eignet euch eine eigene Meinung an. Leute, schreibt mal, ne, schreibt mal, wie viel von 10 Punkten gebt ihr Baku für das Video. Und kopiert nicht einfach die Meinung der anderen. Einzig und allein aufgrund der unzähligen Widersprüche und die wirklich... Für mich ist das eine 9,5. ...undationsweise von Red landet der Fall bei mir in der B-Tier-Sparte. Last but not least in dieser Folge ist die Thematik rund um ABK und Michael Adrian. Zwischen den beiden kam es in den letzten Monaten zu einer wirklich sehr unschönen Auseinandersetzung auf YouTube. Alles fing damit an, dass sich ABK in einem seiner Videos auf seiner... Naja, gut, dann kommt noch Stay mit ins Spiel. Also nicht nur, ich finde noch nicht mal nur ABK und Michael Adrian. Ich finde, Stay gehört auch noch mit rein in die ganze Sache. Weil Stay ziemlich lost war. ABK hatte recht, aber ABK hatte den Fehler gemacht, dass er gesagt hat, dass man die Bewertungen bei irgendjemand, keine Ahnung, wo Michael Adrian am Start war, sollte man die Bewertungen bei Google schlecht machen und so. Und dann hat das überschlechte Bewertungen und bekommt dieses Restaurant oder so. Deswegen auch eine... Das fand ich ein bisschen schwach, aber ja, diese Aktion, die war auch anders krass. ...eine Art und Weise über Michael Adrians Art zu sprechen lustig gemacht hat. Er hat Mimik, Gestik und seine inflationär genutzten Anglizismen kopiert. If you know what I mean. Michael hat daraufhin eine Reaction hochgeladen, wo man ganz klar und deutlich... Ja, aber das sind bei mir noch andere Nanolysen. ...dass er den humoristischen Nachahmen funny fand. Bis ihm scheinbar komplett der Kragen geplatzt ist und... Oh, it escalated very quickly. The reason dafür waren die zahlreichen Nachrichten der ABK-Armee, die Michael scheinbar tagtäglich beleidigt haben sollen. Daraufhin mutierte Michael Adrian zum Salzprinzen höchstpersönlich, löschte seine eigene Reaction auf ABK-Systeme und ließ das Originalvideo aufgrund von Cybermobbing striken. Das Lustige an der Sache war dann, dass er kurz danach ABK angeschrieben hat, um sich bei ihm fürs Entfernen des Videos zu bedanken und dann tut er noch im Anschluss so, als wenn er es gar nicht gewesen wäre. Wow, that was too obvious, boy. Daraufhin... Was würde Q-Select jetzt sagen? So, als wenn er es gar nicht... Macht sich hier Baku über eine Sprechweise lustig? Wow, that was too obvious, boy. Wow, that was too obvious, boy. Das ist so stark betont einfach. Gefällt mir, ja? Spontan, spontan. Daraufhin hat Michael ABK in seinen Insta-Stories geschossen. Logische Konsequenz also, dass ABK da auch Stellung zu nehmen wollte, denn das Video war fünf Monate online inklusive der Reaction von Michael und alles war bis dato in Ordnung. Und plötzlich, als Michael Adrian zum Sorti Adrian digitiert, Schwein. passiert genau das. Das Video wird gestrikt. Hm, komischer Zufall. Als dann die Antwort von ABK auf die ganzen Insta-Stories hochgeladen wurde, hat er auch für dieses Video einen Strike kassiert, obwohl er sachlich und ohne Beleidigung auf die Kritik eingegangen ist. Ich meine, in diesem Video ging es um ihn und es ist doch klar, dass er dann darauf antwortet. Michael Adrian hat halt grundlos... Das war eine Sache... Also ich weiß nicht, wie man... Jetzt mal unabhängig von dem, wie ABK jetzt gerade eben ist oder was irgendwer zu ABK sagt und findet. Bei der Thematik kannst du nicht auf Michael Adrian Seite sein, weil Michael Adrian hier den absoluten... Ich würde sagen Bitch-Move, aber den absolut doofen Move gemacht hat. Sagen wir es einfach mal so, ja? ...versucht ABK in irgendeiner Art und Weise... Okay, girl. We have no problems. Alright. ...in die homophobe Ecke zu stellen, da er schlicht und ergreifend Aufmerksamkeit wollte. Und hat dabei in Kauf genommen, dass ABK im schlimmsten Fall durch die Strikes seinen Kanal verliert und damit eben auch seine Haupteinnahmequelle. Also ich persönlich finde es mega lost, Videos einfach so aus dem Nichts striken zu lassen, wenn es wirklich keinen triftigen Grund dafür gab, beziehungsweise wenn man sich nicht mal vorher mit der Gegenseite unterhalten hat. Aufgrund des bescheuerten Umgangs mit dem Thema landet der Fall bei mir auf dem A-Tier. Und by the way landet Stay ebenfalls in dieser Liste, einfach weil mich seine wirklich Arrogan... Er hat ihn wirklich mit reingenommen. Danke. Darauf habe ich doch nur gewartet, weil Stay absolut lost von der ganzen Thematik. ...lache bei der Reaction zu dem Thema wirklich unnormal getriggert hat. Er hat recht. Mehr Fails sind nicht mehr eingefallen. Falls euch noch was einfällt, könnt ihr das gerne jetzt unter die Kommentare schreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Alter, ich finde, das ist zu sehr... Meine Meinung zu Baku erähnelt mir zu sehr KuchenTV. Ja, deswegen gibt es ein Dislike. Ich finde, die Videos dann gehen dann einfach schlecht. Ja, wenn man sich halt nur an KuchenTV inspirieren lässt, beziehungsweise ihn kopiert, dann ist es halt scheiße. Ist halt so meine Meinung deswegen. Bis zum nächsten Mal.